Ja, aber wie gesagt, also dieses als Rechtsextrem diffamieren, ich war ja auch bei Realtalk ist das zu Gast, das ist ja so ein Podcast von drei, ja Konservativen würde ich sagen, haben alle drei unterschiedliche Ansichten, aber ich würde, also ist schon eher AfD-Vorfeld und das hat Nathan sich ja auch rausgesucht und dann, du warst da im Faschu-Podcast, dann hat Outdoor ihm Gespräche angeboten, also der eine von Realtalk ist das und beleidigt Nathan ihn als Faschu-Podcast. Faschu zeigt ihm Stinkefinger und droht ihm implizit mit Gewalt, also das haben wir da auch alles aufgearbeitet, also ja, mit Faschos spricht man nicht und Fascho, das ist jeder, der irgendwie AfD-Vorfeld zu verorten ist schon und wenn du mit denen sprichst, ja, dann bist du auch konservativ bis rechtsextrem. Und dann fragt man sich, warum die Leute halt wirklich so sind, wie sie alle sind, ne, warum die Leute kritisiert werden, ich verstehe das nicht, ich rede nur um Quatsch und werde dafür kritisiert, aber ich verstehe nicht, warum... Sieh mal, den letzten Talk mit Deo Nathan, der war ja auch herrlich, als er am Ende abgebrochen hat. Ich hab den so gefeiert, ne. Den haben wir auch hier gesehen, ach, das war so fernab von gutem Bösen. Ne, ich hab ihm auch einen neuen Talk angeboten, jetzt über diese ganzen Beschimpfungen, die er gegen das BSW rausgehauen hat, aller rechtspopulistisch-rextremen. Ja. Das gesehen, was er geantwortet hat. Hat er geantwortet? Ja. Ach was, ich dachte, er hat dich ignoriert. Was hat er gesagt? Ähm, ich wäre eine Taube auf dem Schachbrett und es lohnt sich nicht, mit mir zu reden. Aber er hat, er hat doch den Talk verlassen. Also war er doch im Letzten, der war doch die Taube. Was? Er hat eine sehr eigentümliche Weltsicht. Das ist ja ein abenteuerlicher Vergleich mit der Taube, ne. Wenn man den letzten Talk gesehen hat. Die Leute haben ein Problem mit der Wahrheit. Oder mit Fakten. Nicht mit der Wahrheit. Wahrheit ist ja was anderes als Fakten. Ja. Aber allein, als du gesagt hast, ja, nee, im Ausweis steht da halt eben nicht Tessa. War doch Tessa, ne? Ja, ja. Tessa und Markus. Und wenn du den Namen Markus nur erwähnst, wenn du, also, nein, ich ihn so nennst oder so, sondern wenn du den nur erwähnst, dann ist das Missgender. Laut Neiter. Es ist so crazy. Du siehst das halt. Wenn wirklich Fakten kommen, auch wenn unsere beliebte, kritikunfähige Streamerin, wenn sie durchgehend immer wieder behauptet, okay, das, ein Beispiel ist hier mit dem Gamingpreis und so weiter, das machen sie nur, weil ich eine Frau bin. Und jeder, der Kritik geäußert hat, hat gesagt, nein, das, dich, das ist, wie die Kuchen die vorhin mal sagt, mich interessiert doch dein Geschlecht halt nicht. Wenn du Mann wärst und sonst nichts anderes sich ändern würde, würde ich genauso über dich reden. Aber das ist halt dieses Framing und dann kann man diese Opferrolle nicht ausspielen. Ja, du gehörst zu einer Opfergruppe, also du kannst dich in eine Opferrolle drängen. Also, das ist doch bei all diesen Walken so. Neitan meint ja auch, er würde zu einer marginalisierten Gruppe gehören, weil er Autist ist. Also, das kannst du keinem erzählen. Finde ich vor allem, wie macht sich ein Autismus bei ihm bemerkbar? Ja, was heißt, wie macht sich das bemerkbar? Welches Recht haben normale Menschen, was Autisten nicht haben? Nennen wir mal eins. Ja, ja. Gibt keins. Aber selbst wenn du halt marginalisiert, man ist nicht wirklich marginalisiert, aber selbst wenn er jetzt irgendwie, warum nennt er Autismus, wenn man so wirklich, hat überhaupt Autismus irgendwann mal eine Auswirkung? Ich glaube, wenn du halt wirklich so ein bisschen apathisch so durch die Gegend läufst, oder? Ich kenne mich mit Autismus nicht ganz so gut aus. Nee, das wird dir diagnostiziert und das hast du dann halt, aber das hat jetzt keine direkten Auswirkungen. Ja, weiß ich auch nicht, wie er dazu kommt. Ich meine, Amaya war ja auch. Das ist halt eine psychische Abweichung von der Norm und entsprechend kann es diagnostiziert werden, aber es ist jetzt nicht, dass du da, also das ist jetzt keine Krankheit, die schlimmer werden würde oder so. Ja, vor allem bei Neitern sehe ich da gar keine Nachteile oder Einschränkungen oder sonst irgendwas. Wenn du mich fragen würdest, würdest du Neitern ernst nehmen? Jetzt inhaltlich nicht, aber als mündiger Bürger, erwachsener Mann ja selbstverständlich. Da würde ich nicht sagen, nee, den kann ich nicht ernst nehmen, der hat ja Autismus. In welcher Welt? Oder Amaya, wie sie auch selber sagte, okay, sie war ein bisschen mehr verzweifelt und hat gesagt, ich habe im Gegensatz zu meinen Kollegen halt auch nicht so die Reichweite, vielleicht, weil ich Autistin bin. Da habe ich mich auch gefragt, was hat jetzt Autismus damit zu tun? Nein, gar nichts. Sorry, wenn ich das so sage, aber... Das ist Opferrolle. Schwierig. Dann sucht euch doch eine gute Opferrolle, die man auch nachvollziehen kann. Was hat ein Autismus je mit irgendwas zu tun gehabt? Deswegen, es ist absurd, du suchst dir... Amaya könnte noch sagen, weil ich trans bin, also... Das auch, ja gut, okay, aber sie hat sich ja wirklich mit, ähm... Bollas Milian, Tandoruk und Finessi, die ja definitiv erfolgreich sind. Und sie steht einfach definitiv nicht im Autismus liegen. Das mag schon mutig, da mag ich schon mutig sein, das sagen, aber weiß ich nicht. Ich finde es immer sowieso ein bisschen merkwürdig, irgendwie eine Opferrolle einzunehmen und dann zu sagen, ja, deswegen habe ich Sonderrechte. Das ist verrückt. Ja, es ist dieses identitätspolitische Denken. Ich habe die Excel-Tabelle gesehen, Lexi, natürlich. Ja, aber es geht keiner mehr auf... Identitätspolitische Denken. Crazy. Und weißt du, was am schlimmsten ist, was ich wirklich am allerschlimmsten finde? Nicht, dass es solche Protagonisten gibt wie Shuioka, Dekalent, Neidhan, obwohl Dekalent ist gar nicht so in der Opferrolle, ne? Ne, der ist ja unser Diktator, oder? Die rote Sonne. Ja, aber alle anderen, die sich so eine Opferrolle irgendwie so aneignen, das sind gar nicht die Schlimmen. Schlimmer sind Leute wie die Amadeo Antonio Stiftung oder wie mein MMO, also die Plattformen, die auch wirklich größere Reichweite haben, die halt darauf, weiß ich nicht, die darüber berichten, Artikel schreiben und das auch wirklich raus in die Welt tragen. Und die haben ja wirklich heftig Reichweite teilweise. Wo du dir dann denkst, was ist da los? Und dann schreibst du in die Kommentare, dann werden die gelöscht. Dann schreibst du einen weiteren Kommentar nach dem Motto, warum werde ich jetzt gelöscht, ist doch alles based gewesen. Zack, dann wirst du gesperrt. Und dann heißt es, ja, leider sind hier wieder ziemlich viele Rechte in den Kommentarspalten, da haben wir keine Kapazitäten und keine Kraft zu uns diesen rechten Hass uns entgegenzustellen. Also machen wir hier mal dicht. Wir haben es ja bei Dara gelernt, rechts ist Vershoyoka kritisiert. Das ist irre. Ja, Gronkh ist ja auch rechts scheinbar. Ja, aber Amadeo Antonio Stiftung, da hast du ein gutes Stichwort, die haben das auch für ihre eigenen Leute perfektioniert. Ihr im Viktoria, also wie Annette Kahane früher als Dasispitze hieß, also wenn die von den Medien kritisiert wurde, dann hat sie sich auch übelst in die Opferrolle gedrängt. Also googelt mal den Namen der Frau und schaut mal, wie die sich gegen Angriffe von Medien verteidigt. Stellt das auch als rechtsradikale antisemitische Hasskampagne dar. Unglaublich. Wenn man keinen Inhalt hat, geht man auf sowas, ne? Das schon lange, bevor Politik jetzt auf Twitch so groß war, bevor wir diesen Brokkismus überhaupt hatten. Ich meine, wie gesagt, die Amadeo Antonio Stiftung, die kommt aus dieser antideutschen Tradition und ja, entsprechend wurde da schon lange vorher so gearbeitet. Und ich glaube auch, dass viele kleinere Streamer, also die sind jetzt nicht tief in dieser Ideologie drin, die haben das einfach von größeren Institutionen, wie die Amadeo Antonio Stiftung, wie staatlichen Institutionen, die das mittlerweile teilweise übernommen haben, so eine Agitation, die haben das daher, glaube ich, übernommen. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich habe keine Idee, wie wir da rauskommen könnten. Hast du eine Idee? Ne, so Amadeo Antonio Stiftung, die kann man die Gelder streichen, dann sind die weg. Also das ist ja staatlich finanziert. Sowas sollte nicht vom Staat finanziert werden. Das Gleiche gilt für die ganzen anderen transatlantischen und walken- und neoliberalen Thinktanks, die von der Bundesregierung mit Milliarden Euro jedes Jahr gefördert werden. Aber wie realistisch wäre die Umsetzung? Dafür bräuchte man eine Partei, die in eine Bundesregierung kommt und das umsetzt. Aber wir wissen ja selbst, wie die Bundesregierung gerade tickt. Also ich glaube, das ist fernab, fernab, dass sie da irgendwo mal irgendwelche Gedanken auch nur hegen und so Gedanken machen würden. Boah, schwierig. Die Bundesregierung buttert da noch mehr rein. Also da gibt es ja einige Abgeordnete, die haben gesagt, es kann nicht sein, dass die Antifa nicht staatlich durchfinanziert sei. Ja. Ach, und dann wundert man sich, ne? Dann wundert man sich. Der Kampf gegen Rechts ist eigentlich ein Kampf gegen Links. Das hat Rainer Mausfeld mal gesagt. Und ich glaube, das stimmt. Ich meine, du hast es gerade beschrieben, gegen wen gehen diese ganzen Burken eher vor? Gegen uns oder gegen die Rechten? Ja, richtig. Weil man sich da inhaltlich nicht traut. Oder weil man kann es nicht inhaltlich. Verstehe ich ja auch. Ich verstehe ja auch, wenn du wirklich vielleicht politisch gar nicht so richtig drin bist. Ich bin ja auch nicht so politisch so drin, wie ich es gerne hätte. Weil ich einfach auch viel zu wenig Zeit habe. Leider, tatsächlich. Ne? Also ich würde in einem Politdiskurs mit Schlomo höchstwahrscheinlich sang- und klanglos untergehen. Sage ich dir, wie es ist? 100 pro. Der will mich komplett in die Tasche stecken. Ja? Ähm. Kommt drauf an welches Thema. Kommt drauf an welches Thema. Ja, gut, okay. Es gibt ja auch Themen, da hat Schlomo recht. Also da gewinnt dann keiner. Da kann man sich höchstens konstruktiv austauschen. Ich habe mit ihm über das Selbstbestimmungsgesetz geredet. Und das konnten wir beide nicht so gut. Und bei diesem Missgender, da ist so ein Artikel im Selbstbestimmungsgesetz, der sagt, wenn du den alten Namen einer Person benutzt, dann musst du das in, oh Gott, ich habe die genaue Formulierung vergessen, auf jeden Fall in bewundernswerte Art und Weise tun. Und das würde dann anhand von Gestik und Mimik bewertet werden. Ansonsten drohen 10.000 Euro Strafe. Das ist irre. Das ist halt auch wirklich irre, ne? Ich meine, ich verstehe das. Aber wenn du dann sowas hast und dann denkt man sich, okay, hey, du bist jetzt wirklich für Transpersonen. Und dann siehst du aber irgendwo später, aber im Kriegsfall ist es scheißegal, dann bist du wieder halt, ne, der Peter, der du vorher bei Geburt warst. Und dann kriegst du eine Waffe in die Hand und dann abmarsch. Und das ist auch schon wieder so, dieses, weiß ich nicht. Man sieht es doch gerade in der Ukraine. Also jeder, der irgendwie fliehen kann und der nicht komplett nationalistisch verblendet ist und der Anteil an Nationalisten, der wird in der Ukraine wesentlich höher sein als hier in Westeuropa, der versucht sich vor diesem Ende zu verstecken, aus dem Land zu fliehen und ja, nicht einkassiert zu werden. Selbstverständlich. Und wenn du jetzt so ein Selbstbestimmungsgesetz hättest und wir ein Kriegsfall wären und Soldaten gegen Russland ins Feld schicken würden, also dann würden, würde glaube ich, ein sehr großer Teil der Männer sagen, okay, bin ich jetzt mal halt, bis der Krieg zu Ende ist, lieber das andere Geschlecht, als dass ich hier verheizt werde. Ja, klar. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Ja, würde, glaube ich, jeder von uns machen. Ja, klar, würde ich genauso machen. Ja, okay, stimmt. Dann gibt es halt natürlich auch solche politischen Sachen, die könnte ich schon mit Schlomo besprechen. Aber ich denke mal, wenn es halt so um, auch so um Sachen geht wie Zuwanderung und so weiter und Kriminalstatistik und so weiter, wo er dann auch wirklich in der Materie ist und wirklich die ganzen, die ganzen Datenblätter und so weiter auch schon längst alle im Kopf abrufen kann, wo ich dann wirklich sagen müsste, da müsste ich nachgucken, müsste ich, weiß ich nicht, ich habe keinen Überblick. Ich glaube, so meinte ich das. Da könnte er mich natürlich komplett in die Tasche stecken. Ja, da ist mein Problem vor allem, dass er zu pauschal argumentiert. Aber das, wie gesagt, das müsste man dann einzeln aufhören. Mit dem Thema habe ich mich ein bisschen beschäftigt und die Statistiken stimmen ja so. Also, dass bestimmte Zuwanderergruppen in den Kriminalstatistiken deutlich überrepräsentiert sind beispielsweise. Oder dass Zuwanderer erstmal halt größtenteils nicht arbeiten, weil sie die Sprache lernen müssen. Ist ja völlig logisch, dass Leute, die in Deutschland geboren sind, auch nachvollziehbar zu wollen. Dass die dann eine niedrigere Arbeitslosenquote haben. Also, deswegen haben die Ukrainer auch die höchste Arbeitslosigkeit, weil die erst am kürzesten hier sind. Ja, klar, natürlich. Aber das ist halt so, du kannst ja halt nicht sagen, ja, aber die sind halt in der Kriminalstatistik, weil, und dann kommen halt Gründe. Ja, aber trotzdem, die arbeiten ja nicht. Ja, wie können sie denn arbeiten, wenn sie halt noch nicht mal Deutsch sprechen? All solche Sachen halt, dass das halt nicht immer so auf so runtergebrochen ist, auf eine Aussage, sondern dass du halt so das große Ganze nimmst, sondern sagst, okay, da fließen viele verschiedene Faktoren mit ein und deswegen muss man das halt auch vielleicht anders auswerten, als du sonst machen würdest. Und da die Info, die Daten und so weiter, die hätte ich ja dann nicht. Schlomo war jetzt auch nur ein Beispiel, weil ich von allen Seiten höre, Schlomo ist halt der Redegewandt, der weiß, was er sagt, der ist halt gebrieft, der kann reden. Oder Kasper, oder wie sie alle heißen, ich kenne deren Content nicht, ich kenne deren Takes nicht, ich weiß, ich spreche jetzt einfach nur nach, was ich höre von allen Seiten. Und dass das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum Leute wie Karl und Co. halt nicht mit denen irgendwie, oder warum sie sich nicht mal über die Leute unterhalten, ist ja nicht so, dass sie halt mit denen in den Diskurs gehen, sondern dass sie halt auch über die Themen, ich meine, die machen ja auch Streamly, Kasper und Co. Ja, ja, Dekalent hat tatsächlich auf ein Video vor ein paar Jahren von denen reagiert, also das war so ein Gemeinschaftsprojekt von den Rechten, ich gucke gerade noch, wie es heißt, irgendwie Fragen an Black Lives Matter und da hat Dekalent drauf reagiert und der hat sich wirklich komplett blamiert und Schlomo damit gedroht, dass er seinen Votort doxt. Oh, scheiße, nein. Ja, und seitdem hat er sich da ein bisschen zurückgehalten, weil das halt für ihn nicht so gut ausging. 16 Fragen an Black Lives Matter, heißt das Video. Das müssen wir echt mal gucken, ne? Ja, da geht es halt um diese Thematik, in den USA ist jetzt für uns hier in Europa relativ irrelevant sogar. Also da könnte man vollkommen sachlich und ruhig drauf reagieren und sagen, okay, so sehe ich das, ob das jetzt so, wie gesagt, ist jetzt eine andere Gesellschaft, die man da untersucht, nämlich die amerikanische. Deswegen ist das, glaube ich, ein Thema, wo man eigentlich sehr ruhig bleiben könnte und das auch nicht so schlimm wäre, wenn man argumentativ jetzt nicht die besten Argumente hätte. Also weil das, wie gesagt, eine für uns relativ irrelevante Debatte ist. Ja, im Prinzip schon, ne? Also wir haben hier ja keinen Black Lives Matter. Und trotzdem haben wir es aber hier auch genauso zelebriert und gesagt, ey, das ist allgegenwärtig, wir müssen das hier auch irgendwo uns irgendwie zu Herzen nehmen. Warum? Also generell gegen Rassismus. Logisch. Da bin ich der Letzte, der sagt, ey, nee, brauchen wir nicht. Aber genau dieses explizite BLM ist jetzt hier nicht so akut, sag ich, wie es ist, ne? Ist jetzt nicht so akut. Ausgerechnet kaltrot mit Doxing, ja. Ja, es gibt ja einzelne Fälle, also Oriallo oder so, aber das Problem ist in Deutschland, also rassistische Polizeigewalt, das ist in Deutschland schon viel kleiner als in den USA, das kannst du schon sagen. Deswegen, also vor allem, dann wäre es ja nicht Black Lives Matter, sondern Ausländer, die sind hier in Deutschland aus Osteuropa, aus dem Nahen Osten, Türkei, also die sind eher nicht aus Schwarzafrika. Also selbst wenn du diese Debatte hier auch machen wolltest, wie gesagt, Problem viel kleiner als in den USA, also erstmal, weil Kriminalität hier sowieso viel geringer ist, weil die Polizei hier auch nicht mit Militärwaffen ausgerüstet wird und so viele Befugnisse hat in den USA. Gott sei Dank. Aber ja, deswegen wäre gerade das was, wo du ruhig bleiben kannst und wenn sich Dekai denn da schon so blamiert, wie ist das dann erst bei einem Thema, was hier in Deutschland, also was hier eine deutsche Debatte ist? Wie würde er dann aussehen? Ich glaube, deswegen hat er sich zurückgehalten, weil er da so eine negative Erfahrung gemacht hat. Aber ganz gut, das ist ja auch etwas, was ich nicht verstehe, vor allem die ganzen Zuschauer. Warum sagen die nicht, ey, yo, du sagst, du bist immer so gegen Rechts im Kampf gegen Nazis und so weiter, dann geh doch mal wirklich ans Eingemachte. Ist doch immer auf Polytopia zu gehen, ist doch langweilig. Oder lass doch den Agitator in Ruhe. Ja, da ist er halt vielleicht für Sarah Wagenknecht. Und jetzt, ist das jetzt ein Nazi? Ist doch zu wenig für mich. Aber keiner sagt das. Das ist für die nicht zu wenig. Boah, nee. Ärgerlich. Ja, also, Lara hat uns vor ein paar Jahren, also vor zwei Jahren ja schon erklärt, das hat mich ja damals so an dieser Walkenbubble geschockt, das war ja auch einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, Hilfe, was, wem habe ich hier jetzt ein Jahr lang auf YouTube vor allem zugeschaut, was ist mit denen nach Beginn des Ukraine-Krieges passiert? Der hat da erklärt, dass Sarah Wagenknecht total verschwurbelt sei und eigentlich rechts sei. Weil sie gegen oder weil sie gegen Waffenlieferungen war und für eine Exit-Strategie. Ja, und gegen Sanktionen. Und gegen Wie kannst du die industrielle Basis in Deutschland erhalten? Das ist Nationalismus. Hallo, da ist Krieg, Russland, Ukraine. Können wir jetzt auch mal wirtschaftlich ein bisschen leiden? Man muss richtig tiefer in die Taschen greifen. Das kann man ja wohl auf Solidarität schon machen, oder? Vor allem hat gut funktioniert. Die deutsche Wirtschaft schrumpft, die russische wächst. Also Russland hat eines der höchsten Wachstumsraten von allen Industrieländern. Ja, aber was meinst du, wie hoch die wären, hätten wir jetzt keine Sanktionen und so weiter, ne? Da würden wir noch viel... Was wäre, wenn Paradoxon? Ja. Weißt du, wie es anders gelaufen wäre? Es ist... Ich habe ja vor kurzem auch dieses Bitte missverstehen Sie mich falsch mit Sarah Wagenknecht bei Ulrike Herrmann. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe es gesehen. Das war Katastrophe. Das war Katastrophe. Ich habe gelitten. Der Ukraine-Teil war eine Katastrophe, ja. Oh mein Gott, ich habe so gelitten. Ich fand es aber jetzt wirklich sehr erfrischend, dass auf einmal das Publikum so gegen Hermann geschwenkt ist, auf einmal. Genau, über die Leute. Die war so irritiert. Ich meine, das ist ja ein alternatives Format von Gregor Giese. Das heißt, du hast da eh schon ein Publikum, was nicht so in die Mainstream-Talkshows reingehen würde. Und dann haben die wahrscheinlich alle gesehen, auch Wagenknecht. Ich denke mal wegen Wagenknecht. Die ist wahrscheinlich bekannter als Ulrike Herrmann. Vor allem der Ulrike Herrmann ja so eine ziemlich abseitige Position vertritt. In vielen Sachen, Ukraine-Krieg vertritt sie oder AfD-Mainstream-Positionen. Und in anderen Sachen, also Wirtschaftspolitik, also war sie früher Keynesianerin und jetzt fordert sie eine Klimaplanwirtschaft. Auch interessant. Also die hat quasi niemanden hinter sich und das könnte auch ein Grund dafür sein, dass das Publikum ein bisschen zu Wagenknecht verzerrt war. Aber Herrmann hat ja wirklich alle Talking-Points gebracht, die in den Medien gebracht werden. Also Putin wolle nicht verhandeln. Und dann Herrmann so, ja, zu Istanbul kommen wir noch. Und dann hatte sie kein Argument, warum Istanbul kein gutes Argument dafür sei, dass Russland eben zur Verhandlung bereit ist. Ich meine, das hat man ja da gesehen. Russland war bereit, seine Truppen wirklich hinter die Linien von Vorkriegsbegehren zurückzuziehen. Der Krieg könnte beendet sein, wenn der Westen es damals gewollt hätte. Das ist ziemlich gut nachgewiesen mittlerweile. Das ist unnormal. Also das war wirklich, das hätte ich nicht gedacht. In Russland wächst die Kriegswirtschaft. Das ist sehr schlecht und kein Pro-Argument. Ja, erstmal kannst du, das ist zwar richtig, aber erstmal kannst du eine Kriegswirtschaft, relativ schnell eine Friedenswirtschaft umbauen. Kurzes Beispiel. Zwischen 1944, dem letzten vollständigen Kriegsjahr und 1946 ist die US-Wirtschaft, also dem ersten vollständigen Friedensjahr, ist die US-Wirtschaft deutlich gewachsen. Und damals war die Hälfte der US-Wirtschaft Kriegswirtschaft und kurz darauf musste das alles, also fast alles in Friedenswirtschaft umgewandelt werden. Und das haben die USA sehr gut geschafft und die hatten da viel größere Dimensionen zu bewältigen als jetzt Russland. Also wie groß ist da die Kriegswirtschaft? Ich habe nicht genau die Zahlen im Kopf, aber sechs, sieben Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Also das ist eine viel kleinere Kriegswirtschaft, als beispielsweise die, also während des Zweiten Weltkriegs war. Und selbst da hat man es geschafft, diese Kriegswirtschaft relativ schnell in eine Friedenswirtschaft umzubauen. Also erst mal kein Gut. Und zweitens blühen da auch die zivilen Sektoren. Also die Realeinkommen der Menschen sind in Russland deutlich, deutlich gestiegen. Der Wohnungsbau, der boomt. Also in Russland werden, glaube ich, weit über eine Million Wohnungen gebaut. Also rund Firmen so viele wie in Deutschland. Also das ist, ja, dafür, dass Russland nicht mal eine doppelt so Bevölkerung hat und Firmen so viele Wohnungen baut, ist doch sehr interessant. Beispielsweise. Ja, es ist sowieso, es ist sowieso noch mal ein eigenes Thema, ne? Ja. Vielen Dank.